Hallo! Heute machen wir das Valida-Championat und heute ist dabei die Felicia Flowersy und hier ist sie und zum Glück sind wir in der gleichen Gruppe! Peace! Ja. Und gleich geht's los. In meiner Gruppe sind Sarah, Fielkamp, Kip, Kip, egal ich sag's ja gleich, wenn ich die Plätze verteile, also Plätze zeige. Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht mache, aber keine Lust. Ich muss dir ja nicht zweimal sagen. Hört man mich überhaupt? So, kurzes Schmückchen, was soll? Na, Malzbier. Egal. Okay, was geht los? Okay, es geht los. Leute, wünscht mir Glück, drückt mir die Daumen und... Juhu! Jo. Los, lauf. Oh, nee, dein Ernst? Scheiße, Leute. Das ist mir noch nie passiert. Das war ernsthaft. Oh, nein! Das wird voll Fail. Das ist voll das Fail-Video, jetzt schon. Ich wäre da ganz vorne gewesen, aber... Okay. Egal. Wo bin ich? Leute, wo ist mein Pferd? Ich kann nicht sehen! Gut, Felicia. Heute sind wir mal zusammen auf dem Platz, oder was? Dein Ernst? Ich wohne zurückkatapultiert. Ihr seid gemein! Das hole ich nie mehr ein. Oh, Leute! Tut mir leid, Leute. Heute ist echt Fail. Was? Felicia ist vor mir. Das kann doch nicht sein. Das ist Felicia. Oh, Felicia, warte! Hatsch auf mich! Rechts, rechts, rechts. Hopp! Ganz ruhig, mein Schatz. Hoch, hoch! Spring! Brav! Ja, gut, ich hab grad... Ich bin auf dem sechsten Platz. Felicia ist vor mir. Boah, nee. Komm! Komm, das ist so peinlich. So ein schlechtes Championnat hatte ich so lange nicht mehr. Dafür hat Felicia jetzt voll den guten Platz. Sie ist fünfte. Sie ist fünfte. Los, überhol noch zwei Plätze, dann bist du platziert. Ich überhole niemanden mehr. Nein, Felicia! Spring, spring, spring! Ja, komm, Felicia! Lauf, lauf, lauf! Oh, die ist hinter mir. Okay. Linia, bleib stehen. Bleib sofort stehen. Fehl, bitte. Fehl, nein! Was? Stopp! Brrrr! Hopp! Herr, leid, ich bin fertig! Oh mein Gott. Okay, wir haben verloren. Und das meine ich echt. Mega gut! Nö, ich bin Zweite! Warte! Okay, jetzt bitte nicht hängenbleiben. Was? Oh mein Gott, die Erste ist schon im Ziel. Ups. Ich bin Zweite! LOL! Ich bin Zweite! Witzig. Ja, okay. Wir warten, bis die Zeit abläuft. Da kommt Felicia mit ihrem Pferd. Nein, ich glaube, sie ist sehr weit hinten. Guck mal rein. Was? So, es läuft ab und läuft ab und läuft ab. Mhm. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ihr guckt... alle meine Videos. Aber liked sie nicht. Könnt ihr mir einfach mal ein Like da lassen. Ist doch keine große Sache. Einfach nur... auf den Like drücken. Auf den Daumen nach oben. Auf den Daumen nach oben, okay? Dankeschön! So. Jetzt hab ich's mal gesagt. So, hier haben wir es. Siebzehnter Platz. Siebzehnter Platz, Victoria... Willst du das vorlesen? Wieso? Lies. Was soll ich vorlesen? Von unten nach oben. Okay. Siebzehnter Platz, Victoria Almondhaven. Sechzehnter Platz, Luna Snowford. Fünfzehnter Platz, Natalia Skyward. Vierzehnter Platz, Charlotte Starward. Dreizehnter Platz, Sabrina Fishblanket. Dörfzehnter Platz, Phoebe Panda Gren. Elfter Platz, Mira Nightford. Zehnter Platz, Lena Blueberry Feather. Oh Gott. Neunter Platz, Felicia Flowersea. Achter Platz, Odette Almondstone. Siebter Platz, Fiona Puppyhunter. Siebter Platz, Jasmine Mousechild. Fünfter Platz, Autumn Stronghaven. Vierter Platz, Linnea McLeave. Vierter Platz, Quinn Wolf Hope. Zweiter Platz, Evangeline Fastwell. Fastwell? Fastwell. Nein. Erster Platz, Sarah Firekeep. Jo. Und ein... Ja, richtig. Papi Hunt. Und die ersten drei... Also die ersten zwei... Also ja, ich halt. Also, ja, egal. Halt ein, ein. Herzlichen Applaus und herzlichen Glückwunsch und bye. Also quatsch. Wir gehen jetzt zu unserer Schleife. Ich weiß gar nicht. Hatte ich schon die zweite? Nö, ich hatte immer nur die erste. Deswegen habe ich mir schon so gedacht... Oh nein. Ich habe... Oh, da unten ist ein Stern. Da unten ist ein Stern, Leute. Da unten ist ein Stern. Soll ich die noch mit euch holen? Okay, wartet. Felicia, stopp. Tut mir leid. Und Felicia, ein Stern. Felicia, ein Stern. Ups, da sieht man die Schleife. Da. Ja, wir gehen noch kurz den Stern holen. Komm, Stern holen. Okay, zack. Wir gehen den Stern holen. Und wer den noch nicht hat, kann ja jetzt mal sehen, wo der liegt. Ruh, rechts. Kann man da überhaupt hin? Das ist voll fies. Oh ja, man kann da hin. Seht ihr den Stern? Seht ihr den Stern? Seht ihr? Seht ihr? Der ist in mir drin. Da. Das ist mega fies gemacht. Jetzt bleibe ich hier hängen. Rechts, rechts, rechts. Okay. Welch. Oh, kalt kaputtiert. Felicia. Wo ist die denn? Egal, okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.